Liebe Schülerinnen und Schüler, als Bürgermeister der Stadt Hillpolstein freue ich mich, euch trotz Corona eine Lehrstellenbörse anbieten zu können. Dieses Jahr allerdings nicht live in der Stadthalle, sondern in Form einer digitalen Ausbildungsmesse der ZAMM. ZAMM heißt eigentlich Zentrale Ausbildungsmesse. Fränkisch ausgesprochen ist ZAMM aber auch die Kurzform für Zusammen. Denn zusammen mit starken Partnern und vielen Ausstellern haben wir ein tolles Angebot für euch zusammengestellt. Also nichts wie ran und rein ins Internet. Ich wünsche euch viel Erfolg.